Vielen Christen ist dies gar nicht bewusst, aber in Römer 12 Vers 1 schreibt Paulus an Christen und bezieht sich auf den Erlösungsplan Gottes, den er in den vorangegangenen Kapiteln dargelegt hatte. Er sagt, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Welches Opfer möchte Gott von uns haben? Dasselbe wie von Jesus. Er möchte, dass wir unseren Leib darbringen und unser Körper wird heilig, sobald er auf den Altar des Dienstes Gottes gelegt wird. Es ist wichtig zu verstehen, wie man einen heiligen Körper haben kann. Jesus unterhält sich in Matthäus 23 Vers 18 mit den jüdischen Priestern und sie sagen zu ihm, wer beim Brandopferaltar schwört, das gilt nichts, wer aber beim Opfer schwört, das darauf liegt, der ist gebunden. Aber das ist lächerlich. Jesus sagt zu ihnen, wie töricht ihr seid. Was ist größer, das Opfer oder der Altar, der das Opfer, das darauf gelegt wird, heiligt? Der Altar heiligt das, was auf ihn gelegt wird. Wenn du deinen Körper wie eine Opfergabe auf den Altar Gottes legst, wird er dadurch geheiligt. Das ist sehr wichtig, denn viele von uns haben in verschiedenerlei Weise durch Sünde im Laufe ihres Lebens ihren Körper verunreinigt. Heute gibt es Millionen von Menschen, die ihren Körper verunreinigen, und zwar durch außerehelichen Sex, Homosexualität, Drogen und so weiter. Aber das ist wirklich eine wunderbare Offenbarung. Wenn du Buße tust und zu Jesus zurückkehrst, kannst du einen heiligen Körper haben. Denn wenn du ihn auf den Altar legst, dann heiligt der Altar die Opfergabe. Außerdem ruft Gott uns zu einem Dienst anhaltender Fürbitte. Ich glaube, dass Anbetung und Fürbitte möglicherweise die zwei wichtigsten Dienste sind, zu denen ein Christ fähig ist. Das englische Wort für Fürbitte lautet Intercession und bedeutet wörtlich Dazwischentreten. In der Fürbitte trittst du also zwischen Gott und einem Menschen, der Gott braucht. Fürbitte ist alles andere als ich bezogen. In der Fürbitte werden wir von unserer Selbstsucht freigesetzt. Ihr kennt ja diese Karikatur des typischen Gebetes eines durchschnittlichen Gemeindemitglieds, oder? Gott segne mich und meine Frau, mein Sohn und seine Frau, uns viel und das reicht. Apostelgeschichte 2, Vers 4. Aber das ist keine Fürbitte. Jesus ist der vollkommene Fürbitter. Aber wie alles andere möchte er auch das mit uns teilen. Fürbitte bedeutet nicht, dass man darüber nachgrübelt, wofür man beten soll. In der Fürbitte öffnet man sich vielmehr dem Herrn durch den Heiligen Geist und lässt sich von ihm die Gebetslast geben, die er auf dem Herzen hat. Und in echter Fürbitte ist das Wort Last wirklich sehr treffend, denn Gott legte wirklich eine Last aufs Herz. Im Frühjahr vorigen Jahres hatten wir in unserer kleinen Gemeinde ein markantes Wirken Gottes. Als erstes forderte Gott uns dabei auf, uns selbst zu demütigen und Buße zu tun. Das ging tagelang und die meiste Zeit lagen wir auf unserem Angesicht auf dem Boden. Ich weiß nun, wie der Teppich in der Gemeinde riecht, denn meine Nase war ihm sehr lange sehr nahe. Ich bin Gott dankbar dafür, dass der Teppich einigermaßen sauber war. Als nächstes fing Gott an, Schritt für Schritt für Bitte freizusetzen. Und er bediente sich dabei der unwahrscheinlichsten Person. Er nimmt nicht immer die, die man für besonders geistlich halten würde. Unter ihnen war ein junger Mann, in dem Gott stark wirkte. Tagelang betete er nicht, aber plötzlich machte er den Mund auf und dann betete er mindestens eine halbe Stunde lang. Ich erinnere mich, wie er eines Morgens für die Bevölkerung der Sowjetunion betete, und zwar so, als würde sein Herz dabei zerbrechen. Ich bezweifle, ob er die Sowjetunion überhaupt auf der Landkarte finden würde, aber er hatte von Gott diese übernatürliche Last bekommen. Er betete für den KGB, den Geheimdienst, und dafür, dass sich viele vom KGB bekehren. Es ist interessant, dass wir wissen, dass der KGB ziemlich regelmäßig christliche Radioprogramme hört. Interessanterweise ereignete sich kurz darauf innerhalb von zwei Wochen die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Der Heilige Geist wusste, was kommen würde. Fürbitte setzt voraus, dass wir eine so enge Beziehung zu Jesus haben, dass er seine Last mit uns teilen kann. Er agiert dabei souverän und legt dir eine Last für einen Menschen, eine Nation, eine Gemeinde oder einen geistlichen Leiter aufs Herz. Du musst ausgesprochen sensibel sein. Du kannst nicht sagen, wenn es mir passt, Herr, dann bete ich. Vielleicht kennt ihr diesen alten Gospel-Song, in dem es heißt, jedes Mal, wenn ich spüre, wie der Geist sich bewegt, bete ich. Genau so macht es der Fürbitter. Vielleicht bist du gerade dabei, das Mittagessen zuzubereiten. Aber genau in diesem Augenblick hörst du auf damit und gehst auf dein Angesicht vor dem Herrn. Und wer weiß, wie lange das dauern wird. , ja.